Musik 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 Meine herren wunderschönen, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf es als Vorschlag der Bundesminister wurden, wir hören recht herzlich zur zweiten Teil der heutigen Vorschlagung, zur Deutschen Meisterschaft, und Juniolen, meine Klasse A und siehe Klasse A rechtfertigt und auch an das ich heute begrüßen. Zehn Jahre ist es her als hier, das erste große Event durchgeführt worden, den großen Preis von Deutschland. Zwei Jahre später hat sich das wiederholt, im Jahr 2000 sind wir dann ausreichmäßig nach Mittenau ausgewandelt, um da einen World Cup zurückzuführen. 2013, großer Preis von Deutschland in Berlin, 2014 die Europameisterschaft in Regensburg und jetzt wieder zurück in der Heimat, da wo wir hingehören, um auf unseren Publikum hier riesen Sport und riesen Gaudi zu bieten, den deutschen Meisterschaften und Lugeln. Freude und gute Laune bei Spitzenleiten. Wer schon die letzten zwei, drei Stunden hier anwesend war, weiß, was hier schon geboten wurde durch die, bei der Süddeutschen Meisterschaft. Große Unterschlügerung, damit wir das überhaupt auf den Füße stellen können, war uns die Gemeinde Bodin Möhr mit dem Bürgermeister, mit dem stellvertretenden Bürgermeister, mit allen Gebieten, und hier möchte ich ganz besonders auch den Fallenmeister von Erwählen, der alle, der hier fast ständig mit dem Dachkontrag da war. Begrüßen höchlich besorgt das, Jan-Johann Harnisch, letztendlich des Nachttags, selbstbegeisterter Tänzer, auch wenn er nicht so oft dazukommt, wie er uns verraten hat, ob er irgendwann einmal sich dann zur Ruhe in der Runde mit dem Seil zu tanzen. Ich darf Sie eigentlich für ein Glück und ein großes Gruß machen. Sehr geehrter Herr Kuh, Vorsitzender der DDR-Gester, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen, ich finde es unverständlich toll, dass die Bucke-Bewis oben über Druck geschafft haben, nämlich eine deutsche Meisterschaft wieder hierher zu bringen, eine Art Ongür und hervorragenden Tanzsport zu bieten, was wir heute gesehen haben, das gehört wahrscheinlich zum kleinsten Design, was einem Bucke-Bucke-Tanzsport geboten wird. Ich freue mich darauf, ich wünsche Ihnen allen eine gute Stimmung und danke allen, die Verantwortung übernommen haben, die das Ganze organisiert haben, die dafür verantwortlich sind, dass wir heute 05 Stimmung hier haben. Und was da bei den Bucke-Tänz sind, wenn wir im Tänz sind, das ist immer so hervorragend gefällt, wir haben wieder ein Rechen auf den Weg, man gibt eine gute Stimmung, ich finde das toll, das ist ansteckend und insofern freue ich mich auch eine moderne schöne Abenteuerung, ich muss mir mal eine Stunde entschuldigen, das ist heute der FDF, und da muss der Faschenkarte besorgt bekommen werden, da verschwinde ich mal ganz kurz, aber ich werde wieder da sein. Alles um uns den, wie sagt man, im Sport, den besten Prinzip und uns die gute Stimmung und Unterhaltung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an den Bucke-Bagys Bruchgruben-Bürst, eine Zugebrecher-Fragennahme, an der man sich sehr gut trainieren kann, vor allem nach dem 10. Bier an der Veranstaltung mit dem Michael Stütter. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen auch im Namen des Sturrock-Bugge-Bugge-Verbandes. Und ich muss ja sagen, die Bucke-Bagys haben mir in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Wünsche erfüllt. Sie haben ein Turnier eigentlich schon da ausgerichtet. Mein Lieblings-Ausrichter würde ich jetzt sagen, wenn ich der Selbständerin wäre, habe ich hier selbst am liebsten getan und heute bin ich hier natürlich am liebsten auch Gast. Und vielen Dank für diese Einladung. Ich finde, der Verein macht eine hervorragende Arbeit, dass es Teamgeist immerhin nicht besser auf die Beine stellen kann. Und ich finde, dass es einen riesen Applaus wert. Eure tolle Mannschaft. Ein weiteres Wunsch haben Sie mir erfüllt und diesen Bundesgränger in Form von Petra und Michael Greisner entsandt, der unsere Nachwuchstage jetzt auf Ordermann bringt, sodass wir international wieder die Stücke vorzwingen können und erhofften lassen. Und ich muss sagen, was ich am Nachmittag schon im Rahmen der Süddeutschen Meisterschaft in der B-Klasse gesehen habe, ist vielversprechend. Wir rücken, wir rücken, ja, zu dem Englisch. Wir schauen in eine wunderbare Zukunft für Boogie Boogie in der Main-Klasse und auch in der Genurren-Klasse. Sie werden die heute Abend sehen. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, ich brauche die Genurrenmeistung mit sehr viel Spaß und sehr viel Freude in den Augen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen definitiv eine gewunnene Veranstaltung. Uns alle viel Herzstark, viel Boogie umgeben will und viel Spaß und Boogie der beste Gewinne von euch hätten. Und das war auch noch bei allen Einen empfehlt worden. Und selbstverständlich auch wenn der jetzt im Anzug trug hat, unser Bundesländer, der gehört auch dazu, der mit anpackt, der auch sich nicht zu schade ist für jede Arbeit. Und alle Damen und Herren, genauso mit diesen Kreml-T-Shirts, mit den guten Aufdrücken, sind eben ganz jetzt schon mal besonders für die Engagement für die Arbeit. Und jetzt sind halbe Jahr, die Arbeit ist für uns noch nicht zu Ende, sondern wir werden uns bis morgen in Mittag zu tun haben. Aber dann sollen wir uns mit einem Jahreshighlight der deutschen Meisterschaft, glaube ich, fröhlich verabschieden und das war alles umlassen. Genug. Wer erwartet, ist gar nicht die Tränen, die Tanzsparte, die Tanzsparte gewissen. Ich übergehe wieder zu den Moderationen für diesen Abend an Christian Puck. Er hat es auch bei der Zutatenstelle verabschiedet und das war nicht für diesen Abend. So weiter. Herzlichen Dank. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Christian Puck. Ich werde Sie heute nur den Abend begleiten werden. Das heißt, sowohl der Wahl über das Mikrofon zu Herzen so bleibt, dass es auch funktionieren kann. Heute haben wir schon keine Auswahl, ist aber soweit kein Problem, denn auch ohne Mikrofon geht es ganz gut. Wir haben jetzt draußen natürlich schon die Paare durch den Hufenwetzen und wir werden Sie auch gleich reinlassen, dann stelle ich Ihnen die Paare vor, und zwar alle, die Sie heute Abend sehen durften. Ich darf die Paare binden zu mir auf die Fläche wieder. Ich hoffe, ihr habt jetzt reine Verlust verloren. Wie Sie gesehen haben, liebe Gäste, die UNED hat ein bisschen gebraucht, bis Sie lassen wollen sind. Ich kann sagen, was gibt, es gibt ein WhatsApp, ein Facebook und ein was weiß ich. Die Heddy sind überall dabei und da kann man sich ganz schwer lustig. Stimmt's? Ich stehe Ihnen die Paare erst vor, und zwar clubmäßig und da kommt schon mein erster Stollausfänger. Ich habe hier einen Club, den habe ich glaube ich erst einmal richtig ausgesprochen. Ich werde es wieder probieren. Wir haben zwei Paare. Vom RRC1955, nein, langen Sellenporn der RRC1955. Und zwar haben wir die Gisela Kira, Kriminalgeräusche Michael. Gisela hat die Karriere ausgereicht und ich habe es das zweite Mal ausgesprochen. Wir haben von den Boogie Boogie e.at.v 1873, Frankoria, Nürnberg, die Stadion am 34. April. Quarriere wie es der Bananjament ist, bringen wir die Tafari für 24. April. Es wird geесть der ersten Wahl. Und wir hören die Stadion am 34. April. Und wir hören die Stadion am 34. April. Die Stadion am 35. April. Und wir hören die Stadion am 35. April. Und wir hören die Stadion am 35. April. Vor der Dänz im Schuss aus Russland haben wir Christine De Vito, Angela, Christian, Kabi und den Hans. Vor der Dänz im Schuss aus Wolframmoor haben wir Nicole und Sebastian. Ergärtsin und Lieblings-Waffe, Gretchen und Alexander. Kobi und Glückwunsch aus Karlsruhe, ein Paar, die sind ja auch die Karl Leitz. Kobi und Glückwunsch aus München, zwei Paare. Die Karte, die Kinder, die Sabine und die Marco. Und ein Paar vom Dänz im Schuss, die Sandra und die Michael. Sie waren die Karte, dieifen und die Karte, die wir stehen in der Karte und die Play- als App. Aber sie sind ja auch alle in der Karte und die App, die wir in der Karte haben. Denn die haben die Karte, die haben wir in der Karte gesehen. Sagt er! Von den Buchenwäsche! Ah, wenn wieder! Dann will die auch den Stefan! Wir sind ganz frisch dabei! Ganz frisch! Doch nie gesehen! Ihr seid auch nicht mit drauf! Das ist jetzt aber... Ja? Wohin? Ich muss mal gucken! Doch! Wer muss sich vorgewiesen haben? Theresa Olinian! Von Juri möchte ich jetzt das Hohenbruch! Hallo? Wie vor allem ein Paolo! Auch als nächstes haben wir die Kinder! Als Hohenbruch haben wir ein Pädagogik! Und jetzt ist es noch mal gut! Bei der ersten Läger! Wie vor allem ein Paolo von Juri und Stefan! ... Ich habe heute drückt es jetzt sehr kurz, nein! totaler Blö野! Die Paare tanzen schon fast ewig! Was soll denn?! Ewig! Fast ewig! Sieh mal eine Farbe, die Juri Freystein ist die meisten sehr blün und die... Okay, jetzt hält's die Lücke aus, das ist auch gut so. Okay, wir haben eine Folge. Wir sind über einen Ausgleich, wir werden ganz kurz noch nicht überlassen. Und dann starten wir sofort mit der Juniore-Klasse. Summa tendiert eine Chebacke von Tempe, hier gibt's die Lücke und das Schwer cut-ups. Ich frage was wir hier ent��iert habe jetzt für ami heutzutage, Vor der Besetzung, wir haben sieben Wertungsrichter an der Zahl für Stein Observer. Wertungsrichter haben Karin Hobe. Wir haben den Todeskreuz. Wir haben den Hans Geiger. Tobas Heike. Dirk Teilweitz. Johannes Wittmann. Und aus Ungarn, Mirkoch Jermatti.